Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich einmal alles um diese Tissue Box. Das ist so eine Pappbox, die kann man sich machen. Dafür gibt es eine Standschablone auf AliExpress zu kaufen. Das verlinke ich euch nachher einmal. Und das Design hat entworfen Nicole Silhouette. Und das ist eine Stanze, die ich schon sehr oft durchgekurbelt habe, zusammengebaut habe und verschenkt habe, wo ich finde, dass sich das total gelohnt hat, dass ich die gekauft habe. Man hat ja so Stanzen, die kauft man einmal, macht das und dann ist die irgendwie im Regal verschwunden und man braucht die nie wieder. Aber hier muss ich sagen, das hat sich gelohnt. Ich finde das eine coole Geschenkidee. Und vor allen Dingen ist es einfach eine Klopapierrolle, ganz schlicht einfach drin, wo man das Pappteil innen drin entfernt. Und man kann dann das Ganze einmal hier immer so rausziehen und hat dann immer was ist, immer ein Stückchen parat, anstatt immer gleich so ein Riesentaschentuch. Ja, das ist einmal diese Tissue-Box. Hier einmal sind die ganzen Teile, die man dann durchstanzen muss. Einmal, wie man sieht, hier der Boden, den macht man zweimal. Dann hat man einmal hier für die Box außen drumherum diese große Platte. Das muss man dann insgesamt viermal durchkurbeln, aneinander kleben und dann kann man damit die Box gestalten. Und wer das noch doppelt geleert haben möchte, stanzt es nochmal viermal durch und schneidet sich das in Streifen immer ein bisschen kleiner, um das Außen einmal zu leeren. Und diese vier Teile ergeben dann oben einmal den Deckel. Das ist einmal auch für den Unterbau. Hier einmal zieht man ja nachher dieses Stückchen Klopapier durch. Das ist einmal oben der Dekoring, wo man das Ganze auch zusammenhält und ein bisschen schick dekoriert. Und das ist auch nochmal zum drüberleeren. Und die muss man immer jeweils zwölfmal durchstanzen. Ist ein bisschen Arbeit, aber wenn man das einmal gemacht hat und weiß, wie das geht, dann ist das relativ simpel. Nicole Silhouette hat das Ganze designt und sie hat auch dazu noch ein Tutorial gemacht. Und das verlinke ich euch nachher. Ich habe das auch damit das erste Mal zusammengebaut. Und das ist super easy, wenn man das einmal sich angeguckt hat. Also total klasse. Ja, dann kommen wir einmal zu den Boxen. Und zwar habe ich mich nochmal ausgetobt. Ich wollte unbedingt nochmal so eine Box machen im Chabby-Style. Und die ist jetzt hier eben halt ganz rosa und mit so blauen Rosenmuster. Habe ich jetzt gerade aus einem relativ frischen Actionblock das Papier. Finde ich, sieht ganz nett aus. Und ich habe auch hier die ganzen Blümchen, habe ich einmal alle so ein bisschen beglitzert, damit das nochmal so ein paar Details bekommt, den Deckel oben, den habe ich mit einfarbigem Papier so ein bisschen gemacht und habe aber ganz viele Blumen gemacht, Steinchen dazu geklebt, Blätter noch dazu gemacht. Hier oben den Ring habe ich wieder in diesem Blumenpapier gemacht. Und wie gesagt, einmal richtig overloaded Blümchen und Schleifchen drauf. Das ist einmal diese Box im Chabby-Style. So sieht die aus. Dann habe ich noch eine bei mir hier in meiner Bastelecke rumstehen. Die habe ich schon ein bisschen länger hier. Die sieht so aus. Da habe ich das oben zweifarbig gemacht. Habe das aber ansonsten ganz schlicht gelassen. Habe so Glitzerpapier genommen. Ich finde, das sieht immer sehr stylisch aus. Und habe noch hier oben auf dem Ring mit einer anderen Schlanze was drauf gemacht. So als Deko. Und habe dann hier aber dafür die Seiten sehr schlicht gelassen. Und habe einmal aber das Papier vorher immer ein bisschen geprägt, so mit Pünktchen. Damit das eine ganz andere Optik hat. Und habe auch hier unten die Ränder abgerundet. Dadurch kann man nochmal das Hintergrundpapier so ein bisschen schöner sehen. Ich mache das jetzt noch einmal auf und zeige euch das, wie das Ganze funktioniert. So sieht das einmal jetzt von innen aus. Ich mache immer noch mit der Einstanze, dass ich Acetat durchkurbel. Dadurch wird das ein bisschen stabiler. Und man klebt eben halt diese ganzen Ringe zusammen und das dazwischen. Und dadurch hat man eben dieses Gebilde hier, dass eben dann da einmal die Lage immer rausgezogen wird. Muss man ein bisschen gegenhalten und abziehen. Und drin ist eben ganz einfach eine Toilettenpapierrolle, wo man einmal die Papphülse einmal entfaltet. Gibt es ja auch von Ceva ohne Papphülse. Ich glaube, das ist hier sogar eine ohne. Und dann muss man das nur durchstecken und es wickelt sich natürlich alleine ab. Also ich finde es total praktisch, total sparsam. So sieht das Ganze dann einmal aus. Die zwei Teile, die man da macht, dass man das Ganze zusammenfügt. Ich habe das Ganze auch mal abgewandelt. Und habe ich oben das einfach zugeklebtes Loch. Und habe einen Griff dran gemacht als Dekobox einfach. Die hier ist quietschbunt geworden. Habe ich auch Hintergrundpapier eben pink genommen. Habe hier Aufkleber auch aus dem Teddy mit dazu gemacht. So Zuckerwatte im Candy-Style mit Einhorn. Ganz viele Steinchen mit draufgeklebt. Und dann habe ich oben halt ganz viele Kreise mit ausgestanzt. Habe die öfters übereinander geklebt. Und habe hier so einen kleinen Möbelknopf einfach genommen. Und habe den dann durchgeschraubt. Und ganz viele Pompons noch drauf gemacht, damit man eben den Rand nicht so sieht. Von diesen dicken Lagen. Und habe mir hier so einen bunten Deckel gemacht. Mit ganz vielen Glitzersteinchen. Und innen drin sieht das Ganze so aus. Ich habe so ganz buntes Papier genommen. Weil das immer so ein bisschen durchscheint. Einmal so ein bisschen. Ein bisschen rosa Glitzer, holographisch, silber Glitzer. Dass sie so ein bisschen einen anderen Style bekommt. Mein Style eben. Und innen drin habe ich die halt leer gelassen. Da sind hier Shadowboxen mit drin. Die bewahre ich da drin auf. Und so sieht die Box einmal von außen aus. Da habe ich das halt nur einfach drüber geleert. Ein paar Glitzersteinchen drauf. Ganz schlicht und einfach gelassen. Und jetzt kann man den Deckel wieder rauf tun. Und hat hier auch eine Aufbewahrungsbox. Das ist die andere Variante. Und zu guter Letzt zeige ich euch noch einmal. Meine eine Box. Die steht bei mir im Wohnzimmer. Die ist im täglichen Gebrauch. Und die ist bestimmt zwei Jahre alt. Und so sieht die jetzt auch aus. Sie hat eine andere Form schon bekommen. Weil man ja immer so ein bisschen runter drückt. Und gegen zieht. Wenn man es abreißt. Und dadurch ist das schon so ein bisschen so eingedrückt. Aber die ist wirklich hier Dauerbelastung. Hält immer noch. Ist super. Ich kaufe keine Taschentuchbox. Sondern ich habe das eben in meinem Style. Und ich finde das eben halt zum Verschenken super super schön. Ich habe die schon ein paar Mal gemacht. Für Freunde und Bekannte. Und die haben sich riesig darüber gefreut. Und den Style kann man dann ja seinem Wohnzimmer oder den Lieblingsfarben eben das Beschenken ein bisschen anpassen. Hier sieht es schon so ein bisschen ramponiert aus. Das sieht man. Hier habe ich auch wieder so einen Kreis drüber geklebt. Wie gesagt. Ich finde das ist eine super Stanze. Die sich mal gelohnt hat den Kauf. Auch wenn es ein bisschen teurer ist. Aber ich habe sie halt schon oft verschenkt. Anderen damit eine Freude gemacht. Wollte ich euch heute einmal zeigen. Und das war es dann auch schon gewesen. Kurzes Video. Wollte ich alles mal vorstellen. Und lasst mir einen Daumen nach oben da. Oder abonniert meinen Kanal. Wie gesagt. Ich verlinke alles einmal noch mal unten in den Kommentaren. Die Stanzschablone und das Tutorial dazu. Und wer Interesse hat. Guckt sich das Ganze mal an. Also macht's gut. Tschüss.